Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von We Happy Few. So, wir sind inzwischen am Tag 7, haben gerade keinen Durst. Hier ist übrigens auch dieses eigentümliche Haus, von dem ich da letztes Mal erzählt habe. Wo dieser Spinner, ist jetzt vielleicht ein hartes Wort. Oh, Glühwürmchen. Nice. Oh, da gibt es noch eins. Hier haben wir noch einige Aufgaben für zu erledigen. Knock, Knock. Können wir das Ding ausschalten? Schade, offensichtlich nicht. Die ist leer. Was haben wir hier für leuchtende Blumen? Alles mitnehmen, was geht. Der war leer. Da können wir uns hinsetzen. Der ist auch leer. Was gibt es hier? Nichts. Eine Schaufel. Die brauchen wir. Jetzt müssen wir das nur noch wiederfinden, für das wir die Schaufel brauchten. Wernten wir gerade mal ein bisschen die Blumen. Ein Blumentopf. Ähm. Map. Da oben war das okay. Das heißt, wir müssen hier rechts die Straße hoch. Ja, für den nächsten Abzweig. Dann links. So leer hier. Wir sind einsam. Allein. Verlassen. Ja, da haben wir noch eine Aufgabe zu erledigen. Ich wundere, ob das nur ein Nebeneffekt ist, das ist stuck. Das ist leer. Äh. Da müssen wir jetzt hoch. Oh, ich bin doch nicht ganz allein. Okay. Da. Boah, das wird neblig. Neblig und gruselig. Da müssen wir drüber. Und hier gab es dann was, wo wir die Schaufel brauchten. Äh. Äh. Wo war denn das? Das sieht gruselig aus. Das muss doch genau hier gewesen sein. Hm. 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 Verstehe ich jetzt nicht. Dick Location. Und dort auch nochmal eine. Dann versuchen wir es vielleicht mit der da hinten. Die eine finde ich jetzt nicht. Oder findet man die vielleicht nur im Hellen. Map. Oh, wir müssen noch einen weiter. Dort waren die Wespen. Ah ja, es wird hell. Sehr schön. Hier gab es doch noch was zum Buddeln. Jetzt habe ich die Schaufel und jetzt finde ich die Stellen, nicht? Ah, doch, hier. Kann ich die hier, wo ist sie denn? Oder muss ich die erst reparieren? Hm. Hier ist das. Kuh. 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 Kuh ist aber doch Waffe. Da will ich sie gar nicht. Der soll meine Waffe werden. Der soll meine Waffe werden. Mit der will ich arbeiten. Hm. Wer beobachtet uns? Das muss ich noch rausfinden, wie wir die Schaufel geschickt einsetzen. Oder was heißt geschickt? Wie wir die Schaufel einsetzen. Um geschickt geht es ja nicht mal. Wir könnten noch was essen. Haben wir noch was zu essen? Wir können noch was zu essen. Wir können noch die Schaufel einsetzen. Wir können noch mal anfassen. Verdorbene Karotte. Hm. Hier haben wir dann noch die Bienen. Wir müssen mal da nachts sehen. Ja, was passiert mit den Gärten? Und das würde mich auch interessieren. Oh, Kleidung. Sehr schön. Ich muss da lang. Hm. Das ist meine Haus, genau da. Du kannst es sehen. Ich weiß nicht. Ähm, da. Ja, können wir mal trinken. Wie machen wir denn das mit dem Essen? Jetzt haben wir Kleidung. Das hilft nicht wirklich gegen Hunger. Hm. Um mich zu sagen, so gar nicht. Ähm, wir können aber nochmal ein bisschen was zusammenbasteln hier. Und zwar können wir Bandagen machen. Dreamy Bar haben wir genug. Hm. Müssen wir jetzt tatsächlich diese komische Karotte essen? So, dann schlafen wir mal ein Ründchen. Und machen uns wieder auf den Weg. Trinken. Jetzt ist hier offen. Eben war noch zu. Oh. Takedown. Es ist eigentlich ziemlich schön am Abend. In einem faszischen Weg. Ich glaube nicht, dass wir die Freude hatten. Keiner da? Hm. Hm. Kommen wir da rüber? Wir kommen. Wow. Aber hier gibt's nichts. Der ist leer. Na. Was für ne Ausdrucksweise. Okay. Oh. Hier gibt's wieder was zum Abstauben. Gibt's hier noch mehr? Hm. Gibt keine oberen Etagen. Ich bräuchte dringend was zu essen. Ich bräuchte dringend was zu essen. Inventar ist nicht voll. Ist nur etwas. Sagen wir mal. Ungünstig positioniert. Auch hier gibt es nichts. Ah, hier sind die Bienen wieder. Die sind noch nachts aktiv. Ist aber schade. Das ist das, was wir kommen zu. Was? 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 Hör. Hmm. Oh! Oh! Okay, das war nicht gut. Oh, ich sollte dringend was essen. Die Frage ist nur... Was? Hm. Das ist eine gute Frage. Gegen den Durst ist ja schnell was gemacht. Ah, gut. Ah, gut. Ich glaube, ich bin tatsächlich sick. Schlafen wir noch ein bisschen. Dann essen wir noch mal so einen Apfel. Wir haben leider nichts anderes. Und jetzt sage ich erst einmal, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, ich muss schauen, ob ich das heute, also bis morgen hochgeladen bekomme. Ansonsten bis übermorgen. Aber ich denke mal, die... Die Videos hier sind nicht so groß. Deswegen denke ich mal... Tschüss, bis morgen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.